Ihr wollt wissen, wie der Akkubau läuft? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Oh, ist das schön. Ja, es ist nicht 100% smooth, aber es ist schon so viel besser als vorher. So, was haben wir heute vor? Genau. Wie ihr seht, ich sehe ganz viel Grün. Ihr seht auch ganz viel Grün. Hier unten ist auch ganz viel Grün. Grün ist super. Grün ist toll. Sind wir alle happy, weil das heißt, unsere Produktion hier oben läuft. Da werden die bestärkten Platten gemacht. Die gehen hier unten rein. Wir bekommen unsere Dinger da raus, unsere modularen Rahmen. Die gehen da vorne rein. Und wir können bauen. So. Das einzige, was ich über den ganzen Zeug vergessen habe, wir brauchen Kabel. Und was ist immer unser größtes Problem hier? Unser aller, 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 aller größtes Problem hier? Kabel. Aber, ich habe noch eine Idee für. Eine ziemlich gute Idee, weil, sagen wir mal ehrlich, die Kollegen hier brauchen wir nicht mehr. Wir haben alle Weltraumlift-Teile fertig. Die laufen sowieso nur noch da unten rein. Und das hier sind noch nicht mal die guten Teile, sondern eher die problematischen. Zwischendurch. Deswegen, der kommt nicht. Lass mal eben durchlaufen. Hopp. Fertig. Komm, machen wir eben voll. So. Für dich haben wir, und hier war doch, war hier noch einer? Da hatte ich wirklich nur die drei. Ich nehme mal fünf. Da habe ich eine fünf im Kopf. Egal. Das bedeutet, wir haben hier nur einen kleinen Container-Kabel. Aber, ich sage es ganz ehrlich, das ist mir gerade vollkommen egal, ob das nur ein kleiner oder ein großer ist. Der Satz ist sehr missverständlich. Was machst du eigentlich? Dir fehlt Gewebe. Okay, du würdest sonst Filter machen. Das ist mir aber auch egal. Ihr könnt durchlaufen. Das ist auch okay. Hier ist der Eingang. Gucken wir mal, was wir da an Kabel haben. Das hätten ja jetzt wieder neue dazukommen müssen. Müsste aber auch bedeuten, dass insgesamt nachher mehr Kabel wieder hier hinkommen. Dass die öfter auf die Gleitung gepackt werden. Ich weiß, da war irgendwas mit 130. Das ist so langsam. Die nehme ich jetzt einfach komplett mit da hinten hin. Okay, mehr Kabel haben wir gerade nicht. Ich meine, jetzt sind das 2, 4, 6, 8, 10, 12 Plus 18 sind 20 Äh, 56 8 60 2, 4, 6 Äh, 70 Und da oben waren auch noch welche. Da nochmal 2 Äh, 74, 20 Also 7420 Das ist doch schon mal was. Das heißt, wenn Okay, das sind Staturen. Ha, das sind Staturen. Ähm Wir können uns auf jeden Fall immer hier bedienen, weil hier kommt ja relativ zügig sogar was hin. Also, da laufen Kabel. Oh, hier laufen auch Kabel. Die sind auch voll. Hallo. Du bist gelb. Warum bist du gelb? Du bist untätig, weil du voll bist. Du bist untätig, weil du voll bist. Okay. Hier ist vieles untätig, weil es voll ist. Ist mir egal. Ist mir vollkommen egal. Wir haben da Stellen, wo wir uns da draus holen können. Das ist gut. Das heißt, ich nehme mir immer so ein bisschen hier mit. Schmeißen wir das irgendwo vorne in den Container rein. Moment, da habe ich die auf der Etage. Sehr gut. So, wir packen hier in den oberen die ganzen Kabel rein. Und in den unteren. So viel wie eben geht. Genau. Sortieren. Auf der Seite. Sehr gut. Die sind alle voll. Das ist mir jetzt gerade egal, was wir hier noch so drin haben. Was wir jetzt brauchen. Wir brauchen 600 durch 25. 24 Stück. Das heißt, wir gehen hin. Machen die Strom. Die Akkus. Wir nehmen uns jetzt für die unterste Etage 24 Stück vor. Wow. Okay, das ist etwas, was wir nicht hinkriegen werden. Weil allein die 60.000 Draht, das kriegen wir nicht mit. Was wäre denn, wenn ich alles nehme? Okay. Ich gehe hier mal durch. Wie ist denn das, wenn ich von jedem, was ich so brauche? Also, abgesehen von den Kabeln, eine so eine Reihe mitnehmen. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, jetzt haben wir davon auch eine Reihe. Sortieren wir mal ein bisschen. Ach, guck mal. Draht haben wir sogar zwei rein. Macht nichts. Und hier von. Da kriegen wir jetzt nur die 1500. Ist die Hälfte. Okay. Da machen wir mal ein bisschen was. Macht ihr was? So. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir an? Ich glaube, ich würde gerne dort hinten anfangen. Und ich glaube, den machen wir weg. Weil auch wenn er nicht so aussieht. Aber, oh. Du bist jetzt natürlich doof, ne? Okay, der eine macht keinen Unterschied. Aber das hier sind halt gerade wichtige Elemente. So, wir fliegen mal hier hoch. Und jetzt geht es darum, den Spaß da reinzukriegen. Die drei ist gut. Dann packen wir das mal auf die eins. Auf die zwei machen wir die Kante. Die Ecke brauchen wir nicht mehr. Okay, die drei kriege ich noch nicht leer. Ist mir auch egal. Oh doch, die drei könnten wir... Die vier könnten wir auf die drei legen. Das ist eine gute Idee. Weil wir brauchen ja eh Anschlussleitungen. Die machen wir da hin. Dann ist die drei nämlich auch hoch. Guck mal. Eins. Wow. Jetzt müssen wir los, das war. Geh jetzt einfach mal so lange. Okay. Da ist nicht gut. Das wäre jetzt unser genauer Zustand, glaube ich. Nicht bewegen. Hey. Ha. So. Einen da rein, einen da rein. Das heißt, wir haben jetzt genau hier die richtige Höhe. Komm, aber nichts. Noch genug für den Strom. Wir haben da den Anschluss an der Ecke. Wir haben da den Anschluss da vorne. Das ist genau daraus. Und das, worauf ich noch lachen wollte. Achten wollte. So. Perfekt. Und damit haben wir den ersten drin. Das ist die große Frage. Schließe ich den Akku an? Moment. Ich habe jetzt schon... Ich habe jetzt schon Probleme, einen zweiten hinzusetzen. So wenig habe ich davon mitgenommen. Oh Gott. Okay, wir schließen den Akku sofort an. Das ist hier so ein bisschen der Plan. Jetzt müssten die hier alle losgehen. Alle loslegen. Und sich freuen. Ja. Okay. Die laden. Wunderbar. Puh. Holy Crap. Geht da Zeug weg. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin ja bald bei jedem Rennen. Ich muss wirklich mein Shit hier loswerden. Der da drin ist. Ich muss mich komplett nackig machen. Das wollt ihr doch alle nur sehen. Seid doch ehrlich. Okay. So. Ähm. Na jetzt folgendes. Auch wenn das ein bisschen absurd klingt, aber... Ich nehme mir nochmal Sachen hier raus. Nämlich das. Ich glaube, davon habe ich noch genug. Ich will den Spaß aber nicht da oben drauf stellen, oder? Doch, will ich. Geht nämlich noch. So. Da rein kommt jetzt. Das Zeug, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das Zeug brauchen wir alles nicht hier. Die brauchen wir im Moment auch nicht. Du kannst da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Und die können auch da rein. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das Einzige, wo wir gut sind, ist gerade bei den Kabeln. Das ist wunderbar. Okay. Das ist auch ganz nett. Wir nehmen... Wir nehmen jetzt hier so viel, wie ich kann. gut. Plumps, wir laufen darüber. So, jetzt hatte ich mir eigentlich Gedanken gemacht, wie ich das haben möchte. So, plumps. Mache ich jetzt hier zwischen einen Weg? Was ist jetzt hier? Also, wir könnten jetzt nämlich hier Platz lassen. Dann hätten wir... Also, Moment, wenn wir... Wie kann ich das am besten darstellen? Was ich sagen will. Warte auf. So. Also, wir sind hier auf der Kante. Eins, zwei, drei, vier bis darüber. Und dann nochmal vier darüber. Wir könnten... Also hätten wir diese Breite ungefähr... An den Weg. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, wir setzen die direkt dran. Ich glaube, das ist auch der Weg, den ich gehen werde. Ja. Ähm. So. Dementsprechend gehen wir da mal runter. Dann ist es aber wichtig, dass ich... Kann ich den drehen oder ziehe ich den einfach? Ich kann halt auch querziehen. Das ist genauso gut. So. Alles jetzt nehmen. Und dann ziehe ich den darüber. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so doof. Das machen wir so. Dann hätten wir... Ach, hier. Einen Weg in der Mitte. Einen Weg in der Mitte. Und... Genau. So machen wir das. Das gefällt mir. Das heißt... Das heißt... Nehmen wir eine Stromleitung von dort. Nach da. Das heißt, wir haben hier 83 Prozent. Unsere Kapazität. Wir sind jetzt... 28,4. Und da ist noch ein kleiner Weg, bis wir fertig sind. Das heißt... Haben wir jetzt genug in der Tasche, damit wir den nächsten machen können? Ja, haben wir. Wenn ich das alles richtig gerechnet habe... Also wahrscheinlich nicht. Muss ich den jetzt dort irgendwo hinsetzen. Und zwar einen raus. So. So. So kommt der da hin. Und der kommt... Wiederum... Holy Crap. Aber gut. Wir können uns das angucken. Die stehen hier direkt nebeneinander. Das ist gut. Und das wäre unser Weg. Das sieht doch auch nach einem vernünftigen Weg aus, oder? Okay. Das wäre jetzt wirklich toll, wenn ich hiermit jetzt einfach da drüben hingehen könnte. sagen, sammle mir das auf, klick, fertig, baut. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber das werden wir jetzt ausprobieren. Ne. Er schaltet einfach nur durch. Und wahrscheinlich ist der... Ja. Schade. Also dann hätte ich dieses Update wirklich, wirklich gefeiert. Wenn das geklappt hätte. Muss ich mir jetzt noch was einfallen lassen? Das sind für Kabel insgesamt. Ich mach mal andere Musik. Oder werden die schnell genug nachproduziert da hinten? Hm. So, du bist auch hinten genau an der Wand dran, ne? Ja. Wäre ich jetzt richtig clever gewesen, hätte ich die genau andersrum gedreht. Aber, andererseits, es ist letztendlich vollkommen egal. Ich bin nur gerade am überlegen, ob ich nochmal einmal hier hoch will und da überall, wie ich es auf der Seite gemacht habe, die Dinge andererseits. Ich baue mich jetzt sowieso hoch. Nee, machen wir noch nicht. Alles gut. So. Ach ja. Und der Kollege. Von hier vorne. Die gehen schon alle nicht mehr. Wir haben nur den. Wir haben Batterie angeschlossen. Wahnsinn. Wo sind wir? 33,4. Okay, weiter geht's. Auch hier, ich könnte das jetzt drehen. Die Frage ist, will ich das drehen? Ist das jetzt? Oh, das kann ich so gar nicht mehr machen. Okay. In dem Modus geht das nicht. Das muss nämlich jetzt einmal da komplett entlang. An dem Pin da hinten. So, dann wäre das nämlich direkt nebeneinander und der Pin wird da hingehen. So sieht gut aus, oder? Nein, so sieht nicht gut aus. So? So sieht gut aus? Dann hängt das da halb in der Wand. Was ich als eigentlich sieht, sieht das nicht gut aus, ansehen würde. Hm. Wie machen wir das jetzt? Ich könnte noch einmal drehen. Dann habe ich das gleiche Problem wie vorher. Was ist, wenn ich ihn so setze? Dann habe ich das Problem nicht. Ähm. Fug. Da wollte ich hindrücken. So, hier sieht das gut aus. Dann kann der direkt da dran gehen und der kann nachher schräg rüber. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass das, ja, das initiale Aufbauen so schwierig ist. Es geht schön runter. 35,9. Und immer heißt es, ne Stunde. Ei, ei, ei. Ah, okay, das ist für den Einzelakku ist das die Prozentzahl. Da ist null, logischerweise. Wie sieht es denn bei dir so aus? Du bist schon bei 11 und du hier hinten bei 18. Okay. So, jetzt müssen wir weiter gucken. So, einmal drin. Jetzt haben wir diesen Anschluss, geht an diesen Anschluss. Hier. Äh, drei. So, an die zwei gewöhnt. Läuft. Jetzt mache ich am besten. Wie mache ich es jetzt am besten? Äh, der muss ja jetzt genau andersrum sein. Das sieht gut aus. Jetzt fehlen mir da wieder Teile. Wie wert, narrisch. Okay, wir ballern in so einer Etage, aber auch wirklich, wirklich weg. Das. Ui. Das wird länger dauern, als ich gedacht habe. Ich meine, äh, das ist ein geiles Projekt. Also, da kann man mal ein Like für da lassen. Weil, leg mir in die Tasche, das wird groß. So, das passt. Dann machen wir hier. Einmal, äh, ne, einmal. Ja, dort. Und wir machen von da nach da. Und der nächste Teil Batterien ist angeschlossen. Ich finde es übrigens ein wunderschönes Detail, dass die wirklich so ein bisschen aussehen, halt wie eine Batterie. Zumindest hier oben mit dem Plus. Ja, das soll so ein bisschen Lüftung darstellen, finde ich. Aber trotzdem, es ist designtechnisch mega. Man hat da so eine gewisse, auch die Anzeigen, die erinnern an diese, ähm, äh, Duracell oder Energizer oder wie auch immer die hießen. Äh, Batterien, wo man, äh, mit dem Finger draufdrücken konnte. Und dann wird angezeigt, ähm, wie voll ist die denn noch. So. Jetzt kommt eine wichtige Entscheidung. Lass ich, okay, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht hier einen Platz lassen. Weil, da müssen wir jetzt auch da drüben anfangen wieder. Nachdem wir Kabel geholt haben. Weil wir wollen ja da einen Eingang haben. Wir wollen ja tatsächlich auch in diesen Akku reingehen können. Was an sich ja schon, ähm, äh, sehr interessant ist. Was fehlt uns? Wir haben gesagt, uns fehlt Draht. Komm mal her. Draht. Immer schön auf Draht bleiben. Oh, oh, oh. So, schlechte Netz. Ja, warte. Einmal hoch. Einmal hier dran. Ähm. Die Taste. Umdrehen. H drücken, nachdenken. Das kommt jetzt von da drüben wieder hier an. Dann sollten wir Das doch lieber so drehen. Das ist Gut, so. Dann direkt daneben setzen. Was fehlt mir jetzt? Nicht genügend Freiraum, komme ich mit klar. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Das ist sowieso noch eine Geschichte, die ich komplett anders machen werde, also der Strom wird am Ende von oben rein fließen, also der kommt definitiv, wird an der Außenwand, ich glaube am besten an der Außenwand, wird ein Kabel hochgelegt bis oben und das geht dann durch die, durch die Decke da rein. Irgendwie muss ich noch genau gucken. Das hängt dann aber mit dem Gesamtdesign zusammen. Da habe ich mir soweit schon Gedanken drüber gemacht. Wenn ich jetzt hier bin und lasse die anderen von da drüben kommen, dann dürfte ich doch auch relativ weit hier herankommen und dann sogar einen sehr breiten Gang haben. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich immer so Viererblöcke mache, also so wie hier. Das sind dann Viererblöcke. Das sieht man ja, glaube ich, so grob. Und auch da, nur da habe ich jetzt ein Sechster draus gemacht. Wenn ich das hier nochmal mache, dann sollte das doch auch gehen. Dann habe ich schön in der Mitte ein Kreuz. Also ihr merkt, ich habe mir Gedanken dazu gemacht, auch wenn man das von mir nicht gewohnt ist. Habe ich nicht gerade Draht geholt? Wollte ich nicht gerade Draht holen? Bin ich nicht extra losgegangen zum Draht holen? So, wir nehmen dich mal eben hier raus. Ähm, weil du störst mich da. Ne, den. Du musst da erstmal hängen. Du musst erstmal da leben, genau. Schwung können, ich war gerade Draht holen. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Dafür machst du das. Okay. Dann sind wir gleich fertig mit dem Zeug. Und haben... Okay, tatsächlich in einer halben Folge... ...habe ich gerade mal eine halbe Etage. Und wir haben vorher noch ein bisschen was organisiert und so. Wir haben nochmal da rumgeguckt, aber die paar Minuten, die... Ich mach' den Kohl jetzt nicht fett, würde ich sagen. So, das heißt... Äh, da. Wir wollen... ...von dir zu dir. ...nach... ...hier... ...wattensatz... ...schmatz, schmatz. Okay. Ja, passt auf. Ich würde sagen, ich mach' jetzt einfach mal die Etage hier fertig. Und äh... ...pack' dann den Deckel drauf. Na, wenn wir dann soweit sind, ne... Ich muss mir sowieso was überlegen. Ich möchte ja auch in die nächste Ebene noch hochgehen können. Das heißt, irgendwie wird... Ähm... ...hier dieser Bereich, wo wir reinkommen. Moment. Schweb, schweb daneben. Ne, wir würden ja quasi hier... Ja, das war ja alles zu. Wir kämen hier rein. Und dann hätten wir links und rechts die Dinger. Das heißt... ...hier oben drüber wird dann... ...diese... ...ähm... ...dieser Weg hinkommen. So was. Oder der hier. Wurde ich mal gucken. Und dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir hochkommen. Ich weiß nicht, die... ...ähm... ...treppe hier... ...wenn die jetzt... ...so nimmt... ...wann könnte ein bisschen... ...zu viel Platz in Anspruch nehmen. Wobei, wir können eine hochgehen und dann auf der anderen Seite wieder die nächste Etage. Müsste man... ...müsste mal gucken. Ja, solange wir hier drin sind... ...mal Zeit da unten. Passt da. Ja. Also, das machen wir. Ich bastel hier noch ein paar rein. Hier unten fehlen ja nur zwölf. Ich mache einen Deckel drauf. Und... ...ääh... ...dann fange ich schon mal an, so ein bisschen hier... ...dann... ...bei dem Deckel eben den anderen Kram mit rein zu arbeiten. ...äähm... ...äähm... ...ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Ich kenne meinen Text wieder. Und damit... ...macht es gut. Effchen. Tschüss. Glocke nicht vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020